Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 100 Gramm französische Rinderrouladen, 1,49 Euro. 100 Gramm Gulasch, gemischt, 89 Cent. 100 Gramm französische Rinderrouladen, 1,49 Euro. 100 Gramm Hackfleisch, gemischt, 69 Cent. Kalbsschnitzel oder Geschnetzeltes, 1,69 Euro. 1 Kilogramm Rinderzulge, 9,99 Euro. 100 Gramm Römerbraten, Kasseler Kamm, 9,99 Cent. 100 Gramm Neusselandische Hirschbraten, 1,79 Euro. 100 Gramm Neusselandische Lammkronen, 2,99 Euro. Frische deutsche Enten schenken, 5,99 Euro. 1 Kilogramm ungarisches Kaninchen, 11,90 Euro. 100 Gramm frisches Lachsfilet, 2,99 Euro. 100 Gramm frisches Seelachsfilet, 1,50 Euro. 100 Gramm Tintenfischtuben, 1,59 Euro. 100 Gramm bretonischer Flusskrebssalat, 2,99 Euro. Nordsee Backfisch, frisch Frikadellen, Matthiesfilets oder Heringsfilet, 2,79 Euro. 125 Gramm Lüsel Fisch Spezialitat, 1,99 Euro. 160 Gramm Harvestertunfischsalat, 1,99 Euro. Iglo Fischstabchen, 2,99 Euro. 100 Gramm hollandischer Schnittkase, 99 Cent. 100 Gramm Bergada Bavarian Blue oder Bonfias, 1,49 Euro. Waldorfkase Wildblume, 2,39 Euro. 200 Milliliter Wolframbergetesiner-Sampfsoße, 4,99 Euro. 125 Gramm Tulip Original-Baconscheiben, 1,69 Euro. 280 Gramm Zot-Zotterrella Minis, 1,69 Euro. 100 Gramm Hertha Finesse, 1,29 Euro. 100 oder 150 Gramm Vollepikase-Scheiben, 1,49 Euro. 400 Gramm Sanella, 1,29 Euro. 200 oder 250 Milliliter Rama Creme Fine, 89 Cent. Barenmarke Genussvolle oder extra leichte Kaffeemilch, 88 Cent. Müller, Milch, Reis oder Grease-Pudding, for the first cent. 800 oder 900 Milliliter Mövenpeck Eis, 1,69 Euro. Koppenrath- und Wiesefesttagstorte, 7,99 Euro. Ein Stück Osterhase, 1,49 Euro. Ein Stück 400 Gramm Baguette, 99 Cent. Ein Stück Apfeltasche, 9,40 Cent. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen. 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 Vielen Dank für's Zuschauen.